Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar FXFlat Live Trading mit Thorsten Hellberg von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXFlat. Schön, dass Sie heute Morgen dabei sind und früh aufgestanden sind, hoffentlich auch fit. Und bevor ich jetzt zum Thorsten übergebe, heute natürlich mit dem Risikohinweis sehr wichtig, denn es könnten ja eventuell Live Trades gemacht werden. Aber nichtsdestotrotz bitte die Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung verstehen, dient zu Schulungszwecken und Sie müssen bitte Ihre eigene Entscheidung treffen. Also den Risikohinweis bitte zur Kenntnis nehmen und lesen. So, und in der Zeit kann ich schon mal den Bildschirm übertragen. Zack, und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Vorausgesetzt, ich will ihn haben. Guten Morgen. So. Funktioniert das? Ja. Okay. Guten Morgen in die Runde. Und wenn ich jetzt hier mal so ganz kurz so da reingucke, wer sich hier schon mal eingeklinkt hat. Guten Morgen zu sagen, sind ja doch schon, sag ich mal, viele, viele, viele alte Gesichter dabei. Also, bitte jetzt nicht persönlich nehmen, wenn ich sage, alte Gesichter, sage ich, okay, dann sage ich, bekannte Gesichter oder bekannte Namen. Ich weiß gar nicht, alte Gesichter, darf man das überhaupt mal sagen oder fällt das jetzt schon unter die neue Datenschutz-Grundverordnung? Wirst ja spätestens merken, wenn du dein E-Mail-Fach dann aufmachst. Ja, genau. Sehr schöne Geschichte. So. Aber das wollen wir ja nicht, deswegen sind wir ja nicht hier, sondern wir sind ja hier, weil wir uns ein bisschen mit den Märkten auseinandersetzen wollen. Und das wird, mal versuchen hier was zu verschieben, ja, so, sonst habe ich das hier ganze Zeit im Bild. Das wirkt jetzt etwas schwierig. Wir müssen uns dazu mal zwei Sachen angucken. Dann versteht man das auch ein bisschen besser. Wir handeln ja morgens in der Regel nach Europo. Das Regelwerk dürfte hier, glaube ich, im Großen und Ganzen bekannt sein, weil das eine oder andere Webinar hat der eine oder andere hier auch schon gesehen. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es immerhin davon, weiß gar nicht, 800 Stück oder so. Ich weiß jetzt nicht genau. Also wir haben bestimmt das Regelwerk, auf das gehe ich nachher mal ganz kurz ein. Ne, stimmt nicht. Darauf gehe ich gleich ein. Mit diesem Bild. Und demnach haben wir gerade jetzt, genau vor einer Minute, also als wir gerade am Start waren, hier ein sauberes Setup zu verzeichnen. Was sagt unser Regelwerk? Unser Regelwerk sagt, wir brauchen übergeordnet einen Trend. Wir sind hier im Ein-Minuten-Chart. Ein-Minuten-Chart heißt, übergeordnet sind wir im Fünf-Minuten. Und in Fünf-Minuten brauchen wir einen Trend. Und wer das kann, wer das weiß, der sieht, okay, wir haben einen Trend. Sogar einen sehr gut funktionierenden. Und im Moment haben wir so Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und hier haben wir jetzt die nächste Bewegung. Wer das nicht weiß, wie wir im Trend unterwegs sind, wir haben dazu in unserem Software-Paket, haben wir hier ein Panel. Das kann man einschalten hier. Und dort sieht man dann, wie übergeordnet die Trends gerade angesagt sind. In einem Minuten, Fünf-Minuten, Fünf-Minuten, Stunden, Vier-Stunden und im Daily. Der pullt das automatisch raus. Oh, heißt, fünf Minuten sind wir long unterwegs. Und im Fünf-Minuten-Chart warten wir dann auf die Korrektur. Korrektur. Diese Korrektur sieht im 1-Minuten-Chart so aus und wir wollen das Ende der Korrektur abwarten, dann soll das Ende mit der Korrektur hier im Trendwechsel in kleinen Zeiteinheit mit Musik dargestellt werden. Die Musik, glaube ich, kann man in dieser 1-Minuten-Kerze um diese Zeit von 7-8 Punkten, die spricht schon für sich, sondern die haben wir um diese Zeit nicht so oft. Das meine ich, wenn ich sage, okay, wir wollen das mit Musik und danach, nach der Musik, nach dem Trendwechsel in der kleinen Zeiteinheit, wollen wir wieder die Korrektur. Diese Korrektur soll dann in einem blauen Feld verlaufen, so wie hier. Wir brauchen einen blauen Hintergrund und wir sollen den Rücklauf in den Bereich unserer Wolke hier kriegen. Wenn das funktioniert, lassen wir uns über den Korrekturkerzen hier einstoppen, legen den Stop hier unten drunter unter das letzte Tief und lassen das Ding dann laufen. Allerdings, so ist das Grundregelwerk, wer Kunde bei uns ist, der hat auch, ich habe das jetzt nur ganz kurz zusammengefasst, wer Kunde bei uns ist und wer dieses Template von uns fertig eingerichtet gekriegt hat, hat auch das Regelwerk dazu und auch ein Handbuch dazu. Und in diesem Handbuch sind die Regelwerke auch nochmal genau beschrieben. Wir müssen allerdings auch auf das eine oder andere achten. Wir beobachten das mal, ich habe diese Position nicht genommen, weil wir schon seit 1.15 investiert sind. Wir haben mittelfristige Setups berücksichtigt seit letzter Woche, trotzdem Feiertag und dieses Setup erläutere ich gleich und dieses Setup handeln wir im Moment ziemlich stramm durch. Ich streue so eine Position immer auf verschiedene Konten bzw. auf verschiedene Strategien. So wie das, ich glaube den Stereo-Trader, den kennen wir fast alle, den kennen wir die meisten. Und so eine Position, die handeln wir in mittelfristigen Strategien. Wer weiß, was da mittelfristig momentan gerade angesagt ist? So mal die Leute, die hier sind, die vielleicht auch schon ein, zwei Webinare von mir geguckt haben. Was ist momentan mittelfristig, was steht da auf dem Plan? Ja, die 1.18 haben wir schon mal, da sind wir schon mal durch. Die Leute schätzen grob hier. Ingrid hat aufgepasst. Okay, ja, wir haben als Ziel die 1.19.50 und die 1.20.70. Ich muss das jetzt ein bisschen mischen. Einmal für die Nicht-Kunden, die als Soundgäste von FXFlet hier sind und einmal mit unseren Kunden, mit denen wir so schon seit Tagen, Wochen, Monaten zusammenarbeiten. Wir haben 1.19.50 und 1.20.70 und genau diesen Bereich. Und diese Geschichte würde ich jetzt ganz gerne mal in einem, fangen wir hier mit an. So, dann nehmen wir jetzt mal ein paar Sachen raus. Ich nehme alles raus. So, Hintergrund bei dieser Geschichte ist, dass wir, nun mal um grob dahin zu kommen, wie wir analysieren, dass wir hier eine kräftige Aufwärtsbewegung haben, die bis zu fast 1.25 gelaufen ist. Und diese Geschichte, die wir hier jetzt machen, ist, sag ich mal, fast rein fibro-technisch. Wir haben dieses Tief hier unten touchiert und haben dieses Tief, solche einmaligen Tiefs hier sind in der Regel sehr gut belastbar, wie das immer so schön heißt. Das heißt, wenn man so ein Zwischentief hat, kann man solche Zwischentiefs benutzen, um eine Gegenposition aufzumachen, auf einen Trendwechsel zu hoffen. Auf jeden Fall auf eine kräftige Korrektur zu hoffen. Und hier spielten zwei Punkte zusammen. Diese Bewegung hier hoch, die war wesentlich wackeliger als diese Abwärtsbewegung. Und wenn ich diese Abwärtsbewegung jetzt nehme, und da kann ich auch zwei Stufen nehmen, ich kann sie einmal komplett nehmen, vom Hoch bis runter. Allerdings haben wir hier zwischendurch nochmal eine Aufwärtstrenddefinition in einem intakten Abwärtstrend. Wenn ich jetzt nur diese eine Bewegung, die ja ohne irgendwelches Murren hier nach unten gemacht hat, dann sehe ich, dass ich die 1,1960, ich versuche das mal genau zu machen, bis 1,1968 darf er korrigieren, dann sind wir erst am 50er Fibulevel. Mit etwas Glück gehen wir an die 1,2070. Diese Umkehrformation hier unten, die haben wir benutzt. Wir sind gestartet bei 1,1550, haben aufgestockt bei 1,1580. Wer im Dirk seinem Blog im Stereo-Trader oder bei unserer Facebook-Seite von Forex Pro Systeme findet ihr die einzelnen Analysen. Im Anschluss an dieses Webinar werde ich auch die Analysen freischalten, die wir in unserem Blog unter www.ufbas.de geschrieben haben die letzten Tage. So, ich mache das gerade mal fertig. Es ist für mich alles ein bisschen schwierig geworden, weil wir... Dieses Windows hat genau heute Nacht bei mir ein Update installiert und dabei alle Passwörter gelöscht. So, wir sind hier beim 4. Juni, das war am Montag. Und hier am 31. Mai haben wir noch gesagt, so, wir sind 1,1530. Das war vorher unser Tief. Wir haben gesagt, wir sollen im Bereich 1,1530, soll er den Boden bilden. 1,1500, 08, 09 war es dann. Dann hat sie hochgearbeitet und dann war am 31. am Mittwoch und Donnerstag haben wir gesagt, wir wären bei 1,1632 und 1,1608. Das wären die Idealeinstiege und da haben wir Limits hingepackt. Und Ziele sind von 1,1950 und 1,2070. Kann man sich in Ruhe durchlesen. Ich werde nachher diese Marken, diese ganzen Beiträge, wenn ich freischaffe und so etwas öffentlich zu lesen sind. Die größten Setups sind durch. Dann mussten wir auf die 1,1632, mussten wir dann etwas warten. Dazu gehen wir jetzt mal da in den Stundenschart. Da kann man das besser sehen. Und zwar zu den Nonfarm Payrolls, aber nicht direkt zu den Nonfarm Payrolls, sondern erst danach kam die 1,1632 zum Tragen. Da haben wir die, genau, hier ist der 31. Dann haben wir hier den ersten. Wollte ich die 32, bin ich doof. Das Low. Da. Auch nicht. Der hat doch letzte Woche die 1,1616 geholt. Oder bin ich hier im falschen Film? Jetzt bin ich etwas verunsichert. Da sieht man den, da, danke. Genau, da habe ich, ah, danke meine Liebe. Das ist schön, wenn die Jungs aufpassen, genau. Man sieht die Kante nicht, weil ich hier dieses Dreieck, dieses Rechteck draufgelegt habe, weil hier startet die ist tief. Jetzt, ich fange schon an, an mir zu zweifeln. Da haben wir mit dieser Kerze, haben wir das Low bei 1,1616. Auf die 32 haben wir gebaut. Die 32 wollten wir haben. Ich erkläre auch gleich, woher die kommt. Die 32 wollten wir haben. Und nach den Non-Farm Payrolls, zwei Stunden später, oder anderthalb Stunden später, hat er genau um diese Stundenkerze diesen Spike nach unten gemacht. Dieser Spike war auch notwendig, für eine existierende und jetzt auch handelbare SKS zu ziehen. Wir haben hier eine Schulter. Wir haben hier einen Spike, einen Fehlausbruch unter dieser Schulter. Wir haben hier einen schönen dicken Schädel und dann haben wir hier in der nächsten Zeiteinheit eine schöne Schulter. Und ich bevorzuge das, solche Schultern hier mit Fehlausbrüchen zu verletzen. Das heißt, wir haben hier diese Tiefs bei 1,1645, 1,1644. Da, dort haben wir diese Nummer. Und diese Schulter soll für mich nach Möglichkeit immer, bevor der Anstieg kommt, mit einem Fehlausbruch in der jeweiligen Zeiteinheit verletzt werden. Weil die Jungs, die die SKS recht früh sehen, die platzieren dort ihre Stops. Wenn die Stops dort liegen, sollten die abgearbeitet werden. Kurs wird immer da festgelegt, wo die Musik lauert. Und die Musik hat da gelauert, beziehungsweise da unten unter dem Kopf. So, hier hat die Musik gelauert. Da, seht ihr das? Hier hatten wir einmal diese Stops liegen, von denen die hier gekauft haben und hier schon mal hoch sind. Die haben sich hier eine kleine Nackenlinie eingezeichnet. Ich mache das gleiche ebenfalls mal gleich im Stundenchart, in einem nackten. Dann hat hier drunter, haben die Stops gelegen. Hier haben wir, glaube ich, in dem man einen nackten Chart ist besser, kann man besser sehen, oder? Ihr sollt hier mitarbeiten. Mann, 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 Mann. Alles schläft und einer spricht, das nennt man bei uns Unterricht. Fass es nicht. So. Sieht man das doch viel besser, oder? So, nochmal das Spiel. Hier haben wir dieses Zwischentief. Die soll nach Möglichkeit mit einem Fehlausbruch verletzt werden. Das heißt, diese Zeiteinheit, die hier in der SKS erkannt haben, diese Bullen haben dann logischerweise, als wir hier oben angelaufen sind, haben wir die Nummer hier mit einem Fehlausbruch, mit dieser Kerze am 30.05. um 17 Uhr Serverzeit, haben wir die nach unten verletzt, wieder zurück. Und danach kam auch gleich der Dampf auf. Da. Und da den Fake. So, dann haben wir in der nächsten Zeiteinheit, haben wir diese Schulter da. So. Und da sollte der Schlusskurs nicht mehr drunter fallen. Deswegen konnten wir unsere Stops ganz entspannt. Und nach dem Fehlbruch, den wir dann hier hatten, ich habe genau auf die 32 gelauert. Die haben wir uns aus den Zielbereichen gezogen. Das zeige ich gleich nochmal. Wir haben genau darauf gelauert. Dann hier, sehr spät, dieser Fehlausbruch. Er durfte auch hier nicht mehr drunter. Zack, einmal runter, wieder hoch. Und seitdem kann man seine Stops ganz getrost hier unter der Linie, Linie unter dieser Linie hier auch liegen lassen. Wer unseren Blog gelesen hat, wer diese Position mithandelt, vielleicht kann ja der ein oder andere aus meiner Truppe hier einfach mal Piep sagen, wenn er dabei war oder noch dabei ist. Jetzt will ich hoffen, dass das hier laut piept. Damit Nelson sich auch über den Umsatz freut. Zu früh raus. Ja, das kenne ich. Er hat meine erste Freundin auch mal zu mir gesagt. Olaf ist dabei mit 220 Punkten. Mabea ist auch dabei. 15,25. Ja, so, das sind unsere Jungs. Die sind seit der 1,15, 1,15, 25 dabei. Ich bin ziemlich weit unten das erste Mal rein. Habe das dann fälschlicherweise mit einem Take-Profit versehen von 20 Punkten. Habe den nicht reingenommen. Habe den nicht rausgenommen und dann hat es mich dabei erwischt. So, jetzt kann man diese Position weiterführen und kann sie ganz getrost hier abgesichert lassen unter dieser Linie. Und damit sind wir auf der sicheren Seite. So, diese Nummer haben wir, glaube ich, verstanden, oder? So, jetzt gehen wir mal von einer Zeit Einheit zur anderen und gucken wir uns das mal an, weil da hätten wir eine Nackenlinie. Und wir sehen, wie die jetzt hier schön von oben ab und zu mal angelaufen wird und wie die hält. Auch wenn die steigend ist, sie ist nicht sehr stark steigend. Die hat für mich Relevanz, höhere Relevanz hat, weil diese Schulter hier weiter ausgeprägt ist. Und das auch. Sie ist etwas breitschulteriger, der Typ. Ha, da habe ich Modell gestanden. Nein, Quatsch. Dann haben wir das gleiche Spiel hier. Diese Nackenlinie ist fast gerade. Da. Komm her, setze ich da drauf. So, diese ist fast gerade und wir müssen damit rechnen, wer noch nicht dabei ist. Wir haben gestern hier, gestern früh, mit Markteröffnung um neun haben wir diese Nackenlinie nach oben verletzt, sind dann um zehn zurückgelaufen. Also mittel-europäische Zeit, nicht Serverzeit, sind hier dann zurückgelaufen und haben sofort das Ding wieder als Sprungbrett genommen, sind weitergelaufen. Dieser Rücklauf hier ging ziemlich schnell, also sehr zeitnah. Bei einer schönen SKS ist es in der Regel so, dass wir die Nackenlinie knacken und nehmt euch bitte in den Zettel, schreibt euch die Marken hier mit. Die Nackenlinie verläuft im Moment bei 1,1740. Mal gucken, ob wir die gleich wiederfinden. In der Regel ist es so, dass er erst bei diesem Bruch vollzieht, so wie hier. Dann gibt es meistens nochmal einen zügigen Rücklauf, eine Bestätigung. Die müsste jetzt im Bereich 1,1742, 1,1743 erfolgen und wenn die erfolgen sollte, kann man seine Position nochmal ganz getrost aufstocken. Und dann haben wir auch Ziele. Ist ja immer schön, wenn man Ziele hat im Leben, ne? Sollte man jedenfalls haben. So. Und diese Ziele, die packen wir einmal da drauf. Und einmal da drauf. Und dann sehen wir, dass er das erste Ziel aus dieser kleinen SKS hier erreicht hat. Eins, zwei, drei Mal. Deswegen ist der Rücklauf jetzt auch wahrscheinlich. Und wir haben die Ups. Ja, ich packe die gleich wieder zurück. So. Falsch. So. Und wenn wir den Bruch hier dann da drauf packen und die Bestätigung dazu nehmen, wenn die denn kommt, dann landen wir ziemlich genau bei der 1,1977. Woher kommt die 1,1977 oder der Bereich um die 1,1977? Woher kannten wir den? Wir haben vorhin zwei Marken genannt. Womit decken sich diese Marken? Oh scheiße, was hat er vorhin erzählt? Genau, wir haben hier in diesem Bereich, und da ziehe ich jetzt mal so einen Dreiergang, dadurch entstehen die. Da, in diesem Bereich sollten wir uns eingrenzen. Wir haben im Bereich 1,1965 haben wir den 50er FIBO und danach haben wir als Bonus den 61,8 der FIBO. Und den haben wir bei 1,2070 da. Ich mache das jetzt nicht so genau. In meinen Charts mache ich das etwas genauer. So, und wenn wir uns dann hier mal ein bisschen hochschaukeln, dann sehen wir, dass wir hier diesen Bereich, da genau dieses letzte hoch haben. Und wenn wir diese SKS auflösen, landen wir genau da in diesem Bereich. So, wenn ich sowas mache, sowas handele, dann ziehe ich mir genau da so einen Balken rein. Wir haben hier eine schöne Widerstandsebene. Und an dieser Widerstandsebene werde ich, je nachdem, wie das Ding gelaufen ist, werde ich sehen, meine Position teilweise oder ganz rauszunehmen. Warum? Wir haben Sommer. Wir haben Fußball-WM. Fußball-WM? Spielt Brasilien überhaupt mit? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe gar nicht in die Tabellen geguckt jetzt. Gerade so die Qualifikation geschafft. Wir reden von Fußball, nicht von Tischtennis. Oder auch nicht von Handball, wegen der Ergebnissfähigkeit. Wir haben Fußball-WM. Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass mein Monatsziel liegt bei 200 Punkten. Und diese 200 Punkte von der 1,1550, 1,1570 kommend, die haben wir jetzt schon geschafft. So, und wenn wir jetzt noch hochgehen an die 1,1950, 1,1970, dann ist der Juli schon mal im Sack. Ich gehe nächste Woche auf Reisen. Wir machen eine Wohnmobiltour nach Skandinavien. Und wir werden auch mit Nelson das eine oder andere Webinar von Walsafari oder Vogelsafari oder so mit euch zusammen machen. Und dann kann ich ganz in Ruhe meine Reise antreten und die auch entsprechend machen. Deswegen werden wir an den Setups hier nicht viel rütteln. So, welche Marke sollten wir uns jetzt eben gerade merken? Nikolaus, dass du keinen Ton hast, das liegt an, musst du mal einen Inselzaunen aufmachen. Komm mal hin, 1,1740, 1,1742. Mal gucken, ob wir die wiederfinden. Die wäre hier unten. Die 1,1742 wird er wahrscheinlich nicht ganz holen. Wir müssen aber morgens damit rechnen. Mal gucken, ob diese Roundmarks hier ausgeschaltet kriege ich die Nerven. Ja. So. Wir müssen aber heute damit rechnen. Wir haben hier schön Fakes hingelegt mit dem Ausbruch hier. Das stinkt. Und wenn diese Dinger stinken, würde ich nicht nach diesen Zielbereichen jetzt nach oben die Ausbrüche handeln, sondern die Ausbrüche nach oben handele ich immer erst, wenn er unsere Zielbereiche unten abgearbeitet hat. Und wenn er die Zielbereiche heute nach unten abarbeitet, darf er Minimum bis an die 74, vielleicht sogar ganz kurz unten unter die 74 gucken und dann die 63 und die 58. Diesen Bereiche würde ich mir heute ganz gerne einzeichnen. Ideal wäre es, wenn wir, ich mache sowas blau, das ist ein Long-Einstiegsbereich für mich. So, diese Nummer hier wäre im Idealszenario ein Lauf bis an die 58. Einfach mal News-Kalender gucken, ob da heute irgendwas aufschlägt. Was sein kann, das tun wir gleich mal gemeinsam. Mit einem Spike hier runter durch die 58 durch bis in den Bereich 42. Dann wäre unsere Nackenlinie bestätigt. Ich träume jetzt einfach mal ein bisschen, so wie andere von der Bikini-Figur oder vom Sixpack träumen, so träume ich jetzt einfach mal hier von einem Idealszenario. Das Idealszenario, wenn Bikini-Figuren und Sixpack noch aufeinandertreffen. Ne, machen wir jetzt mal nicht. Kopfkino, Hunde-Babys, Hunde-Babys, Hunde-Babys. Wir, ja, man muss ja mal die Leute ein bisschen ablenken. Idealszenario, einmal hier runter an die 58, ein Spike hier von mir aus bis an die 45 oder so. In diesem Bereich, ein Spike hier runter, eine schöne Umkehrkerze. Und dann, wenn wir hier in diesem Bereich eine Umkehrkerze kriegen, in 5 Minuten, in 15 Minuten oder idealerweise im Stundenchart. Wenn wir da so eine Umkehrkerze kriegen, würde ich da oben drauf nageln, was die Margin hergibt. Um diese Position eben wirklich so groß wie möglich zu machen. Ich weiß, jetzt schimpft der eine oder andere wieder, sagt, ja, aber Risikomanagement, Moneymanagement. Ja, ich gehe dann hier in eine andere Strategie, mache eine neue Strategie auf, lasse mich über diese Kerze oder in diesem Bereich einstoppen. Malen wir mal ein bisschen, malen nach Zahlen. Umkehrkerze hier hoch, hier vielleicht in diesem Bereich irgendwie ein Hammer mit einem blauen Kopf oder so. Da oben drüber einstoppen lassen, stoppt da unten drunter. Bitte nicht vergessen, unsere Position kommt von 1,1550, 1,1570 und der eine oder andere aus unserer Truppe kommt sogar von 1,1525. Wenn ich das richtig gelesen habe bei Mike. Mike hat im Seminar aufgepasst. Fleißiger Schüler. So. Ich weiß, Moneymanagement darf man nicht so viel riskieren. Da die Position aber von unten kommen, kann diese Gesamtposition überhaupt nicht mehr ins Minus rutschen. Die kann nicht mehr gefährdet werden. Ich kann mit dieser Teilposition, wenn die in die Hose geht, mir wieder einen Teil von den Gewinnen wegnehmen. Aber ich kann das Gesamtszenario überhaupt nicht mehr gefährden. Dazu kommen wir so schön von schön weit unten. Sollte dieses Szenario hier ausbleiben, dass er nicht hier runterläuft, dann kommt Plan B. Weil dann war das hier schon die Bestätigung der Nackenlinie, war das hier der Bruch und das hier war die Bestätigung. Gucken wir uns das mal in 15 Minuten an. Da ist er gestern durch, dann zurück, hat die Nackenlinie bestätigt und auf geht's. Wir müssten ja, um diese Bestätigung auch hinzukriegen, da müssten wir auch diese komplette Aufwärtsbewegung, die er da gemacht hat, die er hier durchgezogen hat, die müssten wir genau jetzt bis 61,8 korrigieren. Also Jungs und Mädels, nicht nervös werden, in keiner Form. Wenn das Ding jetzt selbst runter bis an die 1,1740 geht, ist überhaupt noch nichts kaputt. Sondern wir haben lediglich die ganze Aufwärtsbewegung, die er gemacht hat, die haben wir dann lediglich um 61 bis 66 Prozent korrigiert. Und diese Korrektur darf sein. Dann haben wir die Nackenlinie bestätigt und solch eine Klasterung von solchen Signalen hier würde ich wirklich nutzen, um richtig Volldampf reinzubringen. Und dann haben wir Luft von der 1,1740 bis zur 1,1960 bis zur 1,1970. Bis in diesem Bereich hier dürfen wir laufen und da sollten die Karten neu gemischt werden. Da müssen wir dann sehen, brechen wir dieses Level, dann ballern wir nach oben durch. Brechen wir dieses Level nicht, wird der nächste Schub nach unten angesagt. Das heißt, wir malen mal ein bisschen, malen nach Zahlen. So. Und dann, wenn dann der nächste Schub kommt, nach unten, dann sind wir wieder bei der 1,10. Und hier unten lauert noch ein offenes Gap. Das lauert aber schon lange. Soviel zu dem mittelfristigen Ansatz. So. Jetzt müssen wir schauen. Komm her hier. Ich kann mir die Zeit nehmen, weil in diesem Gewusel hier gibt es für mich nichts zu tun. Wenn es nichts zu tun gibt, werde ich mir nicht meine Performance kaputt machen, beziehungsweise mein Szenario kaputt machen, was wir gerade am Laufen haben. Werfen wir mal einen Blick auf den Dachs. Der Junge, der hat uns gestern so richtig schön verarscht, ist gestern unter die 12.650 gerutscht. Wir haben gestern Nachmittag ein öffentliches Webinar gemacht. Könnt ihr euch angucken, in meinem YouTube-Kanal unter DAX-Stunde. Ich packe den mal hier rein. In dem YouTube-Kanal, da ist der Link. In dem YouTube-Kanal findet ihr alle Videos. Sorry, ein 17.50. Wir hatten diese Kante hier. Die hat er gestern Nachmittag hier durchstoßen. Hat damit auch unsere Emma, hat er fürchterlich durchstoßen. Wieder Kopfkino. Ich weiß, ihr seid unmöglich. Wer hat die Emma kaputt gemacht? Kehrt dann wieder zurück. Wir haben diese Linie hier unten verletzt mit Musik. Ich habe mich darunter einstoppen lassen und bin dann mit 27 Punkten wieder rausgeflogen, als das Ding wieder zurückgelaufen ist. Wir haben auch hier Positionen laufen seit der 13.050 und die lassen wir auch laufen. Könnt ihr ebenfalls im Blog nachlesen. Wie gesagt, ich werde die ganzen Setups nachher öffentlich machen, damit ihr auch was zu lesen habt für heute. So, wir dürfen im DAX maximal bis da hoch, bis an die 12.39 haben wir das Zwischenhoch und 12.59 wäre machbar. Für das Tierchen ist es aber auch nicht selten, wenn er hier in diesem Bereich schon mal bremst. Diese Nummer hier sollte nicht mit dem Tagesschlusskurs durchschlagen werden. Wir sollten diese Umkehrkerze, egal ob heute oder morgen, nicht mit dem Tagesschlusskurs verletzen, weil dann marschieren wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit weiter hoch. Spikes da hoch jetzt an die 12.59 oder so sind durchaus machbar. Tagesschlusskurs sollte unter dem Hoch von dem Shootingstar bleiben. Das heißt, er sollte sich innerhalb der Grenzen von diesem Shootingstar mit seinen Schlusskursen bewegen. Hier haben wir eine ganz faire Chance. So, gucken wir uns das Ding ebenfalls mal an. Wenn sich im Euro-Extrem was tut, dann schreit ihr ja alle, ne? Lasst mich hier nicht alleine dumm sterben, ne? Ihr schreit ja schön, ne? So, wir haben dieses Ding, äh, hat mich die Fieber auch zerschossen hier? Schweinerei, Helene, echt. Ich muss doch mit dem Onkel Winnlos meckern. So, genau hier hat das Maximallevel die 76.4 angelaufen. Schöne Umkehrformation und diese Umkehrformation hier, da unten drunter. Gib mir mein Kreuz, sagt der Bayer. Diese Umkehrformation hier, da drunter haben wir unsere Short-Position gestartet bei der 13.050. Lassen wir seitdem auch ganz entspannt laufen, damit man auch nachvollziehen kann. Weil wir haben diese Bewegung in einem Rutsch durch. Die hat er jetzt lange, lange seit Februar auskorrigiert, bis zur 76.4. Viel weiter darf er nicht oder sollte er auch nicht. Und jetzt sollte er hier richtig runterschießen. Wir müssen allerdings damit rechnen, dass er dieses Hoch hier vielleicht noch mal mit einem Spike oder so verletzt. Dazu brauchen wir aber Unterstützung von unseren Politikern. Politikern? Politiker? Ist das eigentlich noch korrekt nach EU-Num? Darf man Politiker sagen oder ist das jetzt auch schon ein Schimpfwort? So wie Mohrenköpfe oder so? Muss ich mal nachlesen. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich dann das Unwort oder so des Jahres und dann wird das wahrscheinlich bestraft. Das heißt, hier bleiben wir short engagiert, auch short investiert und vielmehr richtig gendern. Genau, Politikerin. Ich habe neulich gerade hier bei uns im Dorf, hat gerade die Dorfgemeinschaft darüber diskutiert. Ich wohne hier in der Sackgasse. Und Sackgasse wird jetzt hier umbenannt, das Verkehrsschild, wir müssen doch mal gucken, das wird bald umbenannt in untenrum Gasse. Das war, der Begriff Sackgasse war den Verkehrspolitikern geschlechtlich nicht neutral genug. So, also hier im DAX bleiben wir mittelfristig, bleiben wir short orientiert und den Euro, ja Euro 5 Minuten, gucken wir 5 Minuten. In 5 Minuten sind wir immer noch in einem intakten Trend. Wenn wir das Übergörse nochmal hochschalten, da in 15 Minuten, gucken wir mal, hier müsste er jetzt langsam da, wollte ich gerade sagen, hier müsste er jetzt wackelig werden, da ist er auch wackelig geworden, wir sehen das. Wenn wir uns den in 15 Minuten angucken, ist das genau die Korrektur, die er machen darf, durfte. Zack. Viel Theorie heute, ne? Übergeordnet, Bewegung, Korrektur, das war die Korrektur von den 15ern. Dann schalten wir hier um in den 5er, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, das ist das Verhältnis, übergeordnete Zeiteinheit zur untergeordneten Zeiteinheit. Und genau hier habe ich jetzt wieder verpennt, wir haben Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Trenddefinition gegeben. Für uns ist für die Trenddefinition immer ausschlaggebend der Schlusskurs, nicht dieses Bikes. Wir haben hier tiefere Tiefs als da. Ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch, ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch, ein tieferes Tief, ein tieferes Tief. Hier haben wir ein höheres Hoch, damit ist der Trend hier kaputt. Der dann wieder in die Korrektur, Feuer, Marjane, auf geht's. So, wenn wir das Ding jetzt umschalten, dann kann man sich hier in diesem Bereich ein sauberes Setup suchen. Allerdings sind unsere Linien abwärts gerichtet, unsere Wolke, die ist rot. Und erst jetzt haben wir alles wieder in blau. So, und jetzt hier in diesem Bereich kann man sich locker einen Euro-Long-Einstieg platzieren. Gucken, ob das CAV passt. Das heißt, Einstieg bei 1,18,01. Stopp muss hier unter die 89,7. Kombination aus dem Tief- und dem Zielbereich. Muss man sich überlegen, ist man bereit, dieses Risiko einzugehen. Wir sind bei 12 Punkten Stopp. Wie heißt es immer schön, mit voller Hose ist es gut stinken. Da kann man eine richtig schön große Klappe haben, wenn man in so einer komfortablen Situation ist, wie der Großteil unserer Händler ist. Wir haben unsere Position vorne, ich werde die jetzt hier nicht gefährden. Mein maximaler Stopp sind 12, 13 Punkte und den müsste ich hier volle Granate auskosten. Meine Position beträgt schon 3 Lot insgesamt. Auf anderen Konten kommen noch mal 2,5 dazu. Wir sind mit 5,5 Lot unterwegs. Und diese Position muss ich jetzt nicht sinnlos aufpushen und meine Margin hier belasten. Sonst mache ich dann, wenn es Spaß macht, mein Regelwerk heißt aufstocken. Ja, aber wenn ich hier unten in diesem Bereich eine Umkehrformation kriege, ansonsten lasse ich die bestehenden Positionen laufen. So, jetzt kommen wir auf die Händler, die Euro Pro handeln wollen. So wie Helmut, der mir heute Morgen eine Mail geschickt hat. So viel wie für Helmut. Stures Regelwerk. Indikationen müssen übereinstimmen. Bruch der letzten Abwärtsbewegung, die wir hier haben. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Bruch der letzten Abwärtsbewegung soll erfolgen mit Musik. Die Musik kann ich hier noch nicht richtig erkennen. Hier haben wir die Musik. Dann den Rücklauf hier in die Wolke. Wenn ich in dieser Wolke mich dann hier über dieser Kerze einstoppen lasse, ich lege da mal hin, wo ich jetzt eingestoppt worden wäre, dahin, bin ich mit der Haupttrendrichtung unterwegs und halte meine Regeln ein, arbeite ich mit Stops, die ich sogar hier drunter lege. Ich mache den mal rot. Die Farbe des Kommunismus. Wisst ihr, warum die Farbe des Kommunismus rot ist? Na? Nicht wegen Blut. Quatsch. Ganz einfach. Habt ihr schon mal ein grünes Schlusslicht gesehen? Mann, Mann, Mann. Wenn wir jetzt ein neues hochkriegen, geht der Stop sogar da drunter. Gehen wir das Szenario mal zusammen durch. Ja, jetzt kommen wir. Ja, wieso handelst du es nicht? Habe ich doch gerade erklärt. So, 1,18,01 und den Stop haben wir bei der 98,9,98,5. Das heißt, wir sind mit 3,5 Punkten Stop, 3,5, 4 Punkten Stop dabei. Dann kann man dieses Szenario so nutzen. 0,18,01 rein. In der Regel werden unsere Zielbereiche hier oben sauber abgrabelt. Das gucken wir uns gleich mal an, die letzten Tage. Zielbereiche werden sauber abgrabelt. Das sind bei der 1,15, bei der 1 rein, bei der 15 raus. Das sind 14 Punkte, wenn man das mit einem gesunden CRV hat und wenn man einen vernünftigen Hebel hat, also ein 10.000er Konto mit 3 Lot handelt und dann die 14 Punkte mitnehmen, sind das 420 Dollar. Und wenn man diese 420 Dollar morgens um 9 in die Tasche stecken kann, dann sollte man das tun. Dann sollte man den Deckel zumachen und seinen dicken Schmierbauch, so wie ich, oder sein Sixpack einfach oder die Bikini-Figur selbstverständlich nicht zu vergessen, um das wieder geschlechtlich neutral zu gestalten, schön in die Sonne zu halten. Und wer mit 420 Dollar am Tag, am Arbeitstag nicht auskommt, der sollte überlegen, ob er vielleicht die anrüchigen Lokale, wo die Stunde doch etwas teurer ist, dann vielleicht in Zukunft meidet. Weil damit kann man zurechtkommen, um seinen Lebensunterhalt zu genießen. So sieht dieses Setup aus, wenn das jetzt etwas schleppend wird hier und wenn ich dann irgendwann Bauchschmerzen kriege, ziehe ich die Reißleine. Wenn er jetzt hier ein neues Hoch macht, dann würde mein Stop hier auf Break-Even gehen und dann sage ich immer Hopp oder Topp. Aber wenn er über die 1.18.05, 1.18.06 geht, hier oben mit einem Schlusskurs, dann dürfte es auch recht zügig an die 1.18.10 und an die 1.18.15 gehen. Wie gesagt, ich muss mit meinen Konten ein bisschen aufpassen. Ich will die jetzt auch nicht überlasten. Wenn ich hier zu viel drauf packe, kriege ich ein Margin-Problem, weil ich habe die Konten ziemlich belastet mit meinen Euro-Shorts. Die Euro-Shorts liefen ja nur gestern nachher nicht mehr so gut. Die waren vorher viel weiter vorne. Aber auch da strotze ich vor Optimismus. Und ich muss es nicht. Unsere Nummern sind ganz gut hier bestückt. Soviel zu dem Punkt. Jetzt muss ich mal noch ein bisschen was suchen. Wenn einer uns noch ein bisschen verfolgen will. Also, Nelson wird euch ja die nächsten Tage wahrscheinlich auch die nächsten Termine irgendwo mitteilen. Wir gehen, deswegen bin ich auch heilfroh, dass meine Positionen so sind. Wir werden diese und, nein, diese Woche nicht mehr, aber nächste Woche werden wir noch drei Webinare oder so machen. Wer mal als Zaungast den Rest des Monats bei uns dabei sein möchte, jetzt im Juni, Wer uns den Rest des Monats begleiten möchte, im morgendlichen Live-Handel, schickt uns bitte eine Mail. Wir sind gut drauf. Wir freuen uns, wenn wir mal so Zaungäste haben. Wenn man allerdings sich nicht als Zaungast, sondern als Zaunkönig benimmt, muss man auch damit rechnen, dass man nicht lange dabei ist. Wer möchte, kann uns gerne eine Mail schicken und dann kann er zugucken, wie wir morgens handeln. Wir werden den Rest des Monats ab dem, also die letzte Juni-Woche werden wir wohl sehr viel Webinare von unterwegs machen. Ich gehe nächste Woche auf Wohnmobiltour für zwei Monate oder drei Monate nach Skandinavien. Wir werden Webinare von Safaris machen. Wir gehen auf Wal-Safari, wir gehen auf Vogel-Safari. Wir werden uns Grindwale anschauen. Wir werden uns Pottwale anschauen mit Glück, Buckelwale und werden eventuell mit Killerwalen im Norden von Norwegen schnorcheln. Wir werden uns Puffins und Seeadler reinziehen und haben übernächste Woche Bären-Safari in Schweden. Das heißt, wir werden etliche Webinare von unterwegs machen, wenn die Zeit das erlaubt und wenn der Bärmeer nicht irgendwie was Wichtiges klaut. Dieses Setup, was ich jetzt hier erklärt habe, war das verständlich, war das nachvollziehbar? Wir sehen auch, wie er langsam Druck nach oben aufbaut. Okay, Helmut, deine Mail habe ich vorhin beantwortet. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Okay, dann werde ich jetzt mal, bevor wir hier gleich Schluss machen, mal noch ein bisschen angeben. Nen, Nelson, darf ich das? Darfst du. Darf ich? Den Jungs, den Jungs, den muss man hier ab und zu mal ein bisschen auf die Füße treten. Ich habe immer den Nachteil, dass es die Championship, auch wenn das bei einem anderen Broker ist, aber die veranstalten die nur schon mal, ich glaube jetzt seit 20 Jahren oder so. Das ist auch die einzige Weltmeisterschaft, die sich Weltmeisterschaft nennen darf oder die irgendwo akzeptiert wird. Auch schon, weil es die eben so lange gibt von Robbins. Den Link könnt ihr euch ja mal aufschreiben, den könnt ihr gerne im Blick behalten. Die Korrekturen im Euro haben mich vorgestern, also wie die letzten Tage etwas zurückgeworfen ab. Ich meine, wenn der Weltmeister bei 38,4 ist, dann dürfte man das Ding heute Abend knacken, weil dieses Konto haben wir jetzt bei 80 Prozent. Und damit dürften wir ziemlich weit vorne liegen. Und ich habe den Auftrag von Nelson gekriegt, das Ding nach Hause zu holen. Wenn es schon bei der WM nicht klappt, dann so. Ja, man muss ja den Brasilianern immer zeigen, wie man das macht. Aber ich glaube, hier sind die sogar vertreten. War da nicht einer? Nee, nicht mehr. Ja, hier war ein Brasilianer dabei. Der war auch irgendwo in dem 20-Prozent-Bereich. Okay. Jetzt haben wir dieses hoch. Jetzt gehört, dieser Stop, den wir hier liegen haben. Break-even. So, fertig. So, und jetzt sagt man, hopp oder top. Wenn ich jetzt rausfliege hier mit dieser Nummer, dann fliege ich eben raus, dann ist außer Spesen nichts gewesen. Die letzten acht Minuten erzähle ich gleich, Stefan. Diese, dann ist jetzt außer Spesen nichts gewesen, habe ich zehn Minuten umsonst gearbeitet und warte auf das nächste Setup. Was ist eigentlich passiert mit deinen 10 Lots Short im DAX gestern? Ich habe gestern Nachmittag nicht bei 57, bei 12.744 habe ich zehn Dinge geshortet, weil wir, wie gesagt, von der 13.50 oben schon kommen, hat die Position volle Granate aufgestockt und die sind dann mit 27 oder 28 Punkten Verlust rausgeflogen. Habe ich auch selber gepennt, weil ich hätte diese Umkehr hier in 15 Minuten, die hätte, die habe ich übersehen, da, und ich hätte hier den Stop über diese Umkehrkerze ziehen sollen, er hätte maximal hier bestätigen dürfen und dann hätte er weiter fallen müssen und diese Nummer hätte er als Alarmzeichen nehmen müssen, habe ich aber nicht getan. Ich bin dann, ich blöd Mann und spätestens hier diese Umkehr und da war es ja schon zu spät, da bin ich mit 27 oder 28 Punkten rausgeflogen. Ist halt so, kann passieren. Börse ist ja keine Einbahnstraße, ne? Das Leben ist kein Ponyhof. So. Bin seit 1781 im Markt, wo sollte ich meinen SL hinlegen? Ah, Carlos, schick mir dazu eine Mail. Wir kennen uns gut, freue mich jedes Jahr auf dein Weihnachtspäckchen, was hier immer liebevoll verpackt und mit einer handsignierten Karte ankommt. Und wer, ich freue mich oder hat mich riesig gefreut, dich im Seminar mal kennenzulernen, aber das, was du jetzt hier verlangst, wäre, geht in die Richtung Handelsempfehlung. Das mache ich lieber nicht. Ich würde dir empfehlen, guck dir bitte das Webinar nochmal an. Dort haben wir die Marken genannt und im Zweifelsfall, wie sagt Trading Coach Olli so schön, hier Olli Klemm, Wir haben schon gesagt, die einzige oder die beste Version, eine Position abzusichern, ist Glattstellen. Gewinne sichern ist die beste, immer Glattstellen. Aber wenn man dieses Regelwerk jetzt handeln will und dieses Regelwerk nach SKS handeln will, dann müssen die Stops unter der Nackenlinie im 42er Bereich liegen. Wenn das eine ganz kleine Position ist, musst du für dich entscheiden, kannst du damit leben mit 40 Punkten Stopp, kannst du damit leben oder kannst du das eher nicht. Wenn damit leben kannst, dann zieh den unter die Nackenlinie mit ein bisschen Luft und wenn damit nicht leben kannst, stell einfach glatt und such dir an der Nackenlinie einen neuen Entry. Genau, die Idee ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So, und damit habe ich meine Pflichtstunde, glaube ich, rum. Wenn Fragen dazu sind, dann stellt sie bitte jetzt. Ja, kommen keine Fragen, Nelsen. Was sagst du dazu? Ich würde sagen, mein Gott, bin ich gut. Soll ich das sagen? Mein Gott, bin ich gut. Ja, da hast du recht. Der Hubert hat noch eine Frage, aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt auf das Webinar bezogen ist oder... Nee, der Hubert hatte nur gesagt, denkst du noch an mich? Ich denke den ganzen Tag an Hubert. Okay. Ich glaube, Hubert, du meinst Euro pro drei, ne? Siehst du, sag ich doch. Ja, sehr gut. Ja, 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 ja. Auch wenn die grauen Zellen da unterhalb von den grauen Haaren und oberhalb von dem Sixpack bei mir schon etwas alt sind, aber noch funktionieren sie. Nein, nicht Sixpack, vergiss es. Ich habe das mit dem Sixpack mal probiert, habe festgestellt, das steht mir nicht. So, dann soll es das auch schon gewesen sein. Ich hoffe, die Analyse langt euch gerade mittelfristig. Auch dieses Gereier hier entsteht genau deswegen. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben. Wie gesagt, wer uns die nächsten drei Wochen noch in den Webinaren begleiten will, schickt uns eine Mail, kriegt eine Einladung oder eine Teilnahmeberechtigung, könnte drei, vier, fünf, sechs Mal, könnte uns dann noch über die Schulter gucken, weil so viele Webinare werden wir diese Woche noch machen. Und wenn die Internetverbindung passt, glaube ich, werdet ihr auch, wenn alles glückt, ein paar traumhafte Bilder sehen. Wenn wir die denn kriegen, wenn das Wetter mitspielt, kann man vielleicht mal sehen, wie man mit Wahlen badet. Das ist, um das am Rande zu sagen, das ist mein Hauptanliegen. Deswegen nehme ich auch so eine langfristige oder so eine mittelfristige Position gerne mal mit. Mein Anliegen oder das Anliegen unserer Community von unserem Laden von Forex Pro System ist nicht, hier der reichste und der klügste zu werden, sondern wir wollen erreichen, hier in diesem Markt konstant Geld zu verdienen. Und das im überschaubaren Rahmen. Wir versuchen, die Gier im Zaum zu halten. Für mich ist es viel mehr wert, jetzt so eine Performance hinzulegen und die, dann so ein Monatsziel im Sack zu haben, dann lieber zu sagen, so pass auf, jetzt habe ich die Freiheit, mich fünf, sechs, sieben, acht Wochen zu verabschieden. Das Geld für die nächsten fünf, sechs Wochen habe ich verdient. Und jetzt kann ich auf eine Reise gehen, kann mir meinen Traum erfüllen. Wer mal, wer irgendwann mal in mein hohes Alter kommt, der wird das auch verstehen, wird dann auch ein bisschen umdenken. Im Sinne werde ich mich jetzt hier verabschieden. Viel mehr tut sich hier ja nicht. Ich sage danke an FXFlet und an Nelson, dass ich euer Gast sein durfte. Und danke, dass ja doch zahlreiche Teilnehmer ihren kleinen Hintern etwas zeitiger aus dem Bett gehoben haben als sonst. Und vielleicht könnt ihr ja auch vermitteln, warum sich das lohnt, seinen Hintern morgens aus dem Bett zu heben. Denn, ich hoffe ja, wenn das Ding jetzt noch durchläuft und solche Setups, wie wir gerade gehandelt haben, die laufen ganz gerne durch. Wenn der jetzt ein Spike macht, da hoch an die 14, dann haben wir das Tagesziel von 12, 13 Punkten erreicht, machen den Deckel zu. Und jetzt um neun, wenn andere anfangen zu arbeiten, machen wir Feierabend. Nehmen uns die Fliegenroute und dann gibt es heute Mittag Fisch. Und in diesem Sinne will ich mich auch damit verabschieden. Ich sage danke, dass ihr da wart. Danke, dass FXFlet uns die Möglichkeit gibt, uns hier ab und zu mal zu präsentieren. Und danke für die Blumen. Ingrid sagt gerade, ich sage, danke, schönen Tag. Du hast uns ja zu früh auf Stehern erzogen. Ha, siehst du? Das ist mein Zweitberuf, Erzieher. Ja, und wer nach sechs aufsteht, ist faul. Naja, wer hat das gesagt? Ja, da scheitert es wieder. Churchill hat mal gesagt, erfolgreiche Menschen stehen vor sechs auf. Deswegen klingelt mein Wecker 5.55 Uhr. Vielleicht klappt das mit dem Erfolgreiche irgendwann auch nochmal. So. Ja, Thorsten, ich kretsch mal rein. Bedanke mich natürlich bei dir. War ja eine schöne Anknüpfung an das Webinar von vorgestern. Hast ja heute wirklich das gezeigt in der Praxis, was du vorgestern in dem Webinar angekündigt hast. War auf jeden Fall sehr informativ. Also wer das Webinar vorgestern verpasst hat, das ist ja mittlerweile sowohl bei uns als auch bei Thorsten online. Kann sich das gerne nochmal anschauen. Und dieses Webinar wird heute noch online gehen, denke ich mal, auch bei Thorsten und bei uns. Ich bedanke mich für die Teilnehmer, die wirklich auch so früh tatsächlich heute mitgemacht haben. Sehr schön. Freue ich mich jedes Mal. Wir haben ja den nächsten Termin bereits am 26. Wenn alles klappt, also da vormerken. Dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Restwoche. Viel Erfolg. Vielleicht könnt ihr auch den Tag noch ein bisschen genießen. Der ist ja heute noch schön. Und Thorsten, wir bleiben eh in Kontakt. Aber trotzdem danke nochmal. Und dann verabschiede ich mich. Und ja, passen Sie auf jede Position auf. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss, tschüss, moin moin.